Hey Leute, Tobson hier und willkommen zu Operation Harsh Doorstop. Ein Taktik-Shooter, der von einem YouTuber hergestellt wird, namens BlueDrake42. Der ein oder andere kennt den vielleicht, der hat ein kleines Entwicklerstudio gegründet namens Dracening Labs und damit stehen die Operation Harsh Doorstop her. Das Ganze wird zum Teil auch über Patreon supported mit Spenden und das Ganze basiert zum Teil auf der Squad Game Engine, glaube ich sogar. Und das Ganze wird eine ziemlich große Zukunft haben, denke ich. Das Spiel hat viel Potenzial, das Ganze ist jetzt in den Early Access gegangen auf Steam. Bisher kann man aber über Steam noch nicht die Multiplayer-Version spielen. Das könnt ihr nur, wenn ihr das Ganze über Patreon supportet, indem ihr ein Abo eingeht bei BlueDrake, um dann alles im kompletten Umfang jetzt schon spielen zu können. Das Ganze soll aber im kompletten Umfang auch kostenlos auf Steam released werden. Bisher gibt es aber nur den Singleplayer-Playtest auf Steam, wo man sich aber schon einen ganz guten Eindruck machen kann, was das Spiel letztendlich sein soll, was das Spiel kann und was letztendlich das Ziel von dem Spiel ist. Das Ganze soll einen riesengroßen Mod-Support kriegen, damit man alle möglichen Szenarien hier darstellen kann in diesem Spiel. Man kann die verschiedensten Fraktionen spielen. Man kann einfach alles einfach darstellen. Man kann sich seinen, ich sag jetzt mal, seinen Kriegsschauplatz selber erstellen, so wie man das gerne möchte. Mit verschiedenen Fraktionen auf den verschiedensten Maps, egal ob es jetzt im Vietnamkrieg, im Zweiten Weltkrieg oder auf modernen Schauplätzen ist. Das Ganze ist wirklich sehr, sehr vielfältig. Für das das Ganze ein Projekt ist, was über Patreon supportet wird und man muss nochmal hierzu sagen, was von einem YouTuber mit ein paar Helferlein eigentlich nur hergestellt wird, ist das Ganze schon verdammt beachtlich, was hier auf die Beine gestellt wurde. Das ist wirklich ziemlich, ziemlich gut. Optisch sieht das halt ähnlich wie Squad aus, weil es wahrscheinlich auch die Squad Game Engine ist und es läuft einfach wirklich butterweich auf dem PC, muss man einfach so sagen. Also ich habe bisher jetzt irgendwie nicht festgestellt, dass es krass ruckelt. Es läuft tatsächlich richtig gut. Man kann einfach seinen eigenen Kriegsschauplatz erstellen. Man kann einstellen, wie viele Bots auf der Gegnerseite sind, wie viele Bots auf der eigenen Seite sein sollen. Das tut natürlich auch dann letztendlich entscheiden, wie heftig die Gefechte sind und die Bots haben auch teilweise ihre eigenen Laufwege. Manchmal merkt man schon, dass sie ein bisschen behelfslos dastehen, aber hier wurde auch gesagt von den Entwicklern selber, dass das Ganze alles noch natürlich im Early Access ist und dass das Spiel auch viel Zeit benötigt, weil letztendlich ist das ein mega kleines Entwicklerstudio. Eigentlich machen die das Ganze eher Hobby-mäßig und sind ja auch eigentlich YouTuber. Und dadurch muss man schon sagen, Respekt, dass das alles so klappt, wie es eben klappt. Das ist wirklich eine ziemlich gute Sache. Ich habe gerade übrigens die ganze Zeit Squad Game Engine gesagt. Also eigentlich ist das die Unreal Engine 4. Mir ist es einfach nur nicht eingefallen eben. Da basieren nämlich einige Taktik-Shooter eigentlich drauf auf dieser Engine. Ja, so viel zum Thema Engine. Was es bei Operation Harsh Doors da auch noch gibt und was mich wirklich verwundert hat, ist ein riesengroßes Testgelände. Also da ist das Testgelände in Ground Branch wirklich ein Scheißdreck gegen. Da gibt es wirklich ein komplettes Übungsdorf mit Mannscheiben, also Zielscheiben drin, mit verschiedenen Häusern, die alle von innen verschieden aussehen, mit einem Killhouse, mit einem Catwalk oben drauf. Also da muss man schon sagen, dass das eine richtig, richtig krasse Sache ist, die Blue Drake da auf die Beine gestellt hat und dass der sich wirklich Gedanken gemacht hat, wo man wirklich dann mal, wenn man das Ganze dann mal im Multiplayer spielt mit seinem Team, auch mal vernünftig einfach so CQB-Taktiken trainieren kann, was man natürlich bei Ground Branch und Co. auch machen kann. Aber der Umfang, der hier geboten ist, auf diesem Trainingsgelände, Testgelände, der ist wirklich verdammt groß und da können sich einige Taktik-Shooter, auch Ready or Not, ein Scheibchen von abschneiden. Ich weiß, bei Ready or Not gibt es zwar auch so ein kleines Killhouse, aber das kann man einfach nicht vergleichen mit dem Umfang, den man hier geboten bekommt. Das ist wirklich echt verdammt erstaunlich und ich hoffe, da kommt noch viel, viel mehr. Denn das ist eine coole Nummer, wirklich. Natürlich darf man aber trotzdem nicht alles hochloben von dem Spiel. Das Spiel ist wirklich auf einem guten Weg und wird auch eine gute Zukunft haben, gerade weil es von so einem kleinen Studio hergestellt wird. Dennoch muss man sagen, ist das Spiel noch lange davon entfernt, fertig zu sein. Das sagt der Entwickler aber auch selber, Blue Drake. Wobei man hier sagen muss, dass das Ganze nicht vom Sound her so gut ist, wie die ganzen anderen Taktik-Shooter, die man sonst kennt, wie Hell and Loose oder Squad. Die Sounds sind wirklich deutlich schlechter und ein bisschen amateurlastiger als die ganzen anderen größeren Titel, wie eben schon genannt, Hell and Loose oder Squad und Co. So, die machen das dann schon deutlich besser. Da soll aber auch nur nachgebessert werden. Die Waffensounds sollen viel, viel besser und viel, viel echter klingen. Denn manche Waffensounds hören sich doch manchmal schon ganz schön plastisch an. Und das merkt man dann auch. Trotzdem spielen sich die Waffen aber vom Gameplay her dennoch gut. Das muss man an der Stelle aber trotzdem sagen. Es fehlen auch noch einige Animationen. Man hat teilweise zum Beispiel nicht die Möglichkeit, wenn man vor einer Mauer steht, dass man über die Mauer springen kann oder sich da hochziehen kann, so wie man das zum Beispiel bei Squad kann. Das kann man hier nämlich auch noch nicht. Das sind alles so Sachen, die müssen noch mit reinkommen. Und wenn das irgendwann nicht der Fall wäre, dann wäre das auch ein ziemlich großer Grund, warum, glaube ich, viele Spieler dann wieder vom Spiel weggehen würden, weil dann die Animationen einfach viel zu altbacken wären. Also das müssen die auf jeden Fall noch hinzufügen. Aber ich denke, mit der Zeit der Entwicklung werden die das alles hinkriegen. Und jetzt, wo das Spiel auch im Early Access mal langsam gegangen ist, kann es ja eigentlich nur noch besser werden, gerade mit dem Mod-Support. Mit dem Mod-Support habe ich mich, muss ich sagen, selber noch nicht beschäftigt. Aber das werde ich in geraumer Zeit auch nochmal machen. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das Spiel bisher findet. Ich habe auf jeden Fall mal einen Spaß dran. Und ich bin einfach mal gespannt, was die Zeit bringt. Also Leute, haut rein, bis zum nächsten Video und ciao.